Man muss irgendwie 10 Sekunden warten. Wenn man später auf einer getroffen ist, auf jeder an seine Seite. Zurück kurz warten und dann darf man wieder rein. Beide in die Mitte, oder? Ich glaube, dann reicht die Munition nicht. Ja, dann reicht die Munition nicht. Und die Flaggen sind in der Mitte und man muss sie holen und zu sich bringen, oder? Eigentlich sind die Flaggen bei den Gegnern. Ich würde sie beide in die Mitte packen. Das ist eine realistische Chance. Ja, aber... In die Mitte, ne? Ja, wird schon mal. Ja, aber 10 Sekunden ist aber lang, ne? 1,2,3,4,9,10! 1,2,3,4,9,10! 1,2,3,4,9,10! 10 Sekunden! 10 Sekunden! Auch das ist so wichtig! Gut, dann kann ich den letzten genauen. Wenn du getroffen hast, hast du es nicht mal anstechen! 10 Sekunden! 10 Sekunden! Da ist dann auf einer Seite vielleicht ein bisschen nicht. Ich würd' nicht auf der Seite.. 1,3,4 etc! 1,4,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5... 2,4,5,5,5,5,1,2,7,5,6,5,7,5,5,5,7,5,5,6,7,5,6,5,5,7,7,5,5,5,5,5,6,5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020